Hier nannte man ihn nicht Weihnachtsmann-Killer, sondern der Ostfriese oder Möwe. Susi sagte sogar liebevoll Möwchen zu ihm. Man durfte sie zwar nicht anfassen, dann bekam sie Schreikrämpfe, aber sie zwinkerte ihm zu und warf ihm aus der Entfernung auch immer wieder Küsschen zu, weil er sie beim Mühlespiel gewinnen ließ. Sie schummelte gern und recht geschickt, doch er verriet sie nicht. So hatten sie ein kleines Geheimnis miteinander und das machte Freunde aus ihnen. Frau Dr. Bogen, von den Patienten Flitze genannt, fand, dass er sich in der Gruppentherapie sehr gut geöffnet hatte. Viele erfanden hier Geschichten, um die Peinlichkeit zu überbrücken, die entstand, wenn in den Gruppen niemand etwas sagen wollte. Frau Dr. Bogen, die Gärtnerin der Neurosen, merkte so etwas natürlich. Sie nannte es nicht Lüge, sondern unauthentisch. Da war er mit seiner Geschichte gut angekommen, denn er erzählte nur die Wahrheit. Ich, ich füttere Möwen mit Fischbrötchen und Pommes, hatte er zugegeben. Und Bullemann, ein Hühne von zwei Meter vier, der als Sachbearbeiter in der Buchhaltung seinen Chef erwürgt hatte und deswegen bei vielen als Held galt, die ihre Chefs auch gern erwürgen würden, aber sich nicht trauten, kommentierte das sofort mit seinem Lieblingsspruch. Das ist verboten, das darf man nicht. Susi war sofort für ihn in den Ring gesprungen und hatte ihn verteidigt. Aber wenn er doch so tierlieb ist? Frau Dr. Bogen bat, wir wollen Tobias jetzt erst einmal ausreden lassen. Also ich weiß natürlich, dass das verboten ist. Vielleicht tue ich es deshalb so gerne. Am liebsten würde ich es jetzt auch machen. Hier gibt's ja keine Möwen, aber zum Beispiel so kleine Silberfischchen. Denen streue ich auch immer Körner hin. Ich weiß nicht, ob die Brötchen mögen. Irgendwann hatte er sich in Rage geredet und davon geschwärmt, wie toll es war, wenn er am Nordseestrand, am liebsten in Norddeich, den Möwen zusehen konnte, wie sie Touristen angriffen, die lange Schlange gestanden hatten, um sich Pommes oder Fischbrötchen zu besorgen. Die Möwen, triumphierte er lachend, wissen ja nicht, ob man sie füttern will oder nicht. Die denken, die Touristen sind so nett zu ihnen wie ich. Das ist ein Spaß und dann das Gekreische. Das ist verboten, das darf man nicht, kommentierte Bullemann. Er sagte das während der Gruppentherapien mindestens alle zehn Minuten. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.